ich die die Jahres kann ich jetzt noch dazu sagen dieser Baum der soll endlich mal wachsen schon alles mögliche fertig gebaut das haben wir gemacht wir haben die alles hier ersetzt und das haben wir aus Koppelstern gemacht eine ganze Menge Koppelstern abgebaut eigentlich hätten wir jetzt Prozent drei oder vier sechs Koppelstern werden wir nicht ganz aufgrund der Fall werden aber das war's das glaube ich erst mal denke ich jetzt mal da also der ist ja nicht so schlimm der Liedersplatte ja aber auf jeden Fall sage ich jetzt auch bei mir ich will nicht alles mal abrennen und auch hochladen und was man sonst noch so alles macht und ja dann sage ich auch und ich werde das vielleicht so ein bisschen parallel machen also beim nächsten Mal jetzt wieder unsere normale jetzt Pläne Welt dann mal wieder jetzt geile Block Prozent wir haben ja alle oder wir haben ja jetzt beide Welten wir müssen jetzt nur noch ganz sagen die Chance abspeichern jedoch so lange ist das nicht aber nun ja da wollen wir auch noch mal ein bisschen weiter kommen äh was wir da noch weitermachen können weiß ich auch nicht so genau die Blüte die Bestes Handy der Welt so gut wie iOS 5 Sprachsteuerung Kamerabie so uns fehlt eine Juke wo bin ich denn hier hä wo bin ich hä hä ich weiß nur noch dass ich meinen Freund ich hab da die Karte auf oder ach nee wir haben noch einen Kompass wir haben noch einen Kompass bei uns gut dass ich meinen Kompass dabei hab aber waren wir letztes Mal hier in der Welt ich glaube nicht ich hab mein Freund mein Freund nur die Welt gezeigt aber die Welt habe ich vorher auch auf den USB-C kopiert oder waren wir hier waren wir nicht ich weiß es nicht ich weiß es absolut nicht so nur kann wir aber einen Kompass der bringt uns aber nicht zu unserem Bett zurück sondern zu unserem Spawnpunkt mal ach das ist doch geladen ich dachte schon ich bin es zu Ende der der wird jetzt die ganze Zeit dann war eine komplette Weltreise hier gemacht oder was und wir können jetzt alle diese kommen für alle Kompasse mit alle um Kattussoh aber was ist hier los verdammt noch mal ohne wir sind an unserem Spornprogramm kommt die da ist ja noch ja also ich weiß jetzt auch nicht genau was hier jetzt Prozent mit los ist um wir sehen uns auf jeden Fall denn gleich wieder oder in der nächsten Folge je nachdem also sage ich jetzt Tschüss